Liefen Töten willkommen zu einer weiteren Runde die zu wissen für die Wölft mit dabei ist der 2 ein wunderschönen hallo und wir machen die Maupen fertig macht das mal Romero er macht Hermano macht doch mach ich doch auch nicht labern machen sehr gut er wird Prozent ich habe mich und wäre es von ihm was ist die funktionierende auch zu kommen er hat weil so viel Robber hatte ich dann nicht siehst du das kann ich auch nochmal bauen in der Robber Farm wow das ging jetzt verdammt schnell wie flassen gemacht ich habe gerade 6 Decks gemacht ok und weißt du ich habe die gecraftet komme dann in der Mob Farm gerade an oh du hast ein Schiff mitbekommen schick juhu better than chests ja so jawohl es geht es geht es geht es geht also was ich hier noch nicht so mag das heißt dass sie sich ähm so hoch stapeln die Convayables wie hoch stapeln dass sie so eine Art Brücke machen kannst du ja mit dem Hammer äh wieder umformen ja das ist schon klar aber ich habe mich einfach nur verbaut und dann bauen die sich so hoch das meine ich jetzt ok ja du magst mir nicht gerade kurz helfen oder kann ich gerne tun warte ich muss gerade nur mein Inventar leer machen dann bin ich gleich bei dich dann kommst du bei mich so ah der schon wieder bei was kann ich den behilflich sein äh magst du dann einmal zur Machtform kommen die ist ungefähr beim Sora ja beim Sora an also weiß ich dieses projekt ist irgendwie bei mir projekte großen bauten und so geht naja ich sehe da hinten schon so ein frame komm ich nicht rein hier warte weißt du was kommen wird nochmal hier haben wir noch ähm magst du hier vielleicht mal ganz kurz die Convayables verlegen ja weil dann gehst du mal kurz zu Hause die Grindr schon mal bauen wird so Grindr ähm wie hättest du die gern angeordnet Hauptsache dass sie irgendwie in das Loch fallen okay ich habe jetzt einfach mal provisorisch so ein Stack von den Grindr äh was habe ich denn jetzt gemacht ich glaube ich kann mir ungefähr vorstellen was du gemacht hast so eine die Convayers sind gerade verdreht okay wo ist mein Hammer da ist er ja einmal Craftable einmal Inbar brauchen wir 128 äh und ich brauche noch Plastik aber auch da einige Menge wie viel habe ich noch 10 das wird auf jeden Fall nicht reichen warum bist du jetzt schon wieder verkehrt rum es will ich ein Mega Rubber mal kurz pflanzen und abholzen was willst du ein Mega Rubber kurz anpflanzen und abholzen nur kurz anpflanzen ja das ist nicht der ganz ganz dicke ne ne komm ich wage es ich habe ja auch noch die Axt dabei das sollte schnell gehen ok willst du kurz dabei ist zuschauen oder in der Nähe ne ich bin jetzt hier gerade bei die Convayers zu verlegen ja ich wollte hier in der Nähe auf da ist ja wirklich nicht so groß ja wunderbar ein Baum wow das ist das selber mit macht es wundern mich gerade naja naja wenn der äh meins mein alter Server das ausgehalten hatte was sich bei Direwolf auch gezogen hat da wundern mich das nicht so damit habe ich mir schon mal Robert Vifam gespart oh das da oben mache ich dann noch nach der Aufnahme weg naja alter ach da sind nur noch zwei Diefs ja da hat wohl nicht alles abgeholzt ne ah ach man eh so 1024 Robert können wir mal machen 6 Hauptraum Flupflup oh Flupflup Flup äh komm dann mach ich mal ganz schnell hier Strategien bis zum geht nicht mehr natürlich natürlich Enderman mhm was denn mich hat ein Enderman von äh von der Mobfarm bis bis zu mir verfolgt in dem E-Raum ja cool boh natürlich das auch schon du scheißvieh äh was soll ich jetzt ahja Cable boah der bringt mich gerade komplett aus dem Konzept dieses scheiß Enderman hoppum gut äh ich glaub die ganzen Converbals werden nicht ausreichen ich kann nochmal welche mitbringen das ist kein Thema so Enderman ist tot Gott hat es jetzt lang gedauert der der einschlag verpasst und das andere und abgauen so so peekaboo i found you kennst es nicht ne ne ja sehr froh äh ja nur Visualation Tools ja noch weil ich brauche noch ein paar ne ok Jo ich wie viel brauchst du noch zur Karin? kannst du das ungefähr sagen? direkt mindestens das das könnte ich immer ich bring dir zwei Stacks mal mit ne? ne ja anderthalb ungefähr das wird ausreichen sonst hast du wieder zu viel du weißt so viel ist bei mir so viele gibt es nicht so also ich hab sie dir grad vor die Füße geworfen ja danke da ok mir raum rubber ähm boah man ey die sind scheiße zu verlegen du 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 ja aber wenigstens ist mein Jetpack jetzt aus warum auch immer also vom Sound her zack zack weißt du was ich nur noch traurig finde ja ein Freund von uns hat jetzt mittlerweile die Freundschaft zu uns gekündigt ja aber ganz ehrlich ein Freund von uns ja der ist richtig spielsüchtig der hat mit uns angefangen äh Guild Wars 2 zu spielen ja der hat jetzt offiziell 438 vier Stunden in der Schule nur wegen diesem Spiel wow das finde ich einfach nur noch traurig ja gut ok wo war ich jetzt dran alles verlegt sehr schön danke top bitte äh kein geschehen wenn du irgendwann mal was brauchst kannst du dich bei mir überdienen ne ja ja alles klar heute ich glaube ich bring dir ein Fressalienpaket mal vorbei ha 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 brauchst du auch nicht ok jetzt gehen wir die Bücher aus ernsthaft warte mal warte mal dann mach mal hier einmal weißt du 2478 Holz im ME was 49 werden ja wohl reichen gut ender energy dann mache ich nochmal 50 von fertig eingang ich mag meinen ring einfach ach die brauchen noch nicht meinen festen boden das ist ja cool und die keinen festen boden die können auch schweben ich glaube bei mir regnen sie müssen wenig was ich habe hier so ein regentank aufgestellt von agri kraft und er ist schon leer gelaufen mehr oder weniger ok jetzt noch nach quats las noch verdammt ja gut es sollte reichen an grindern da sind jetzt 40 grinder dann angeschlossen ja reicht ich würde es hoffen gut dann mache ich jetzt nur noch hier das kabel und ich glaube ich dass dann auch einfach alles über resonant kreis einspeisen erst mal ja wir sind zwar weiß nie verkehrt ich bin zweifel dass wir schon direkt am ersten tag der dsu brauchen dafür und wenn doch dann habe ich alles richtig gemacht gut die verkabelung machte nur noch gerade fertig und dann mache ich glaube ich am morgigen tag damit weiter also dann merke ich habe schon wieder so ein paar woscht findungsblomen ach verdammt und wie gesagt ich verspreche dir das ist alles sicher ich werde auf jeden fall ja ja das ist noch klar nur für die zuschauer dass ich das den anwalt sage damit man sich dann mal später die zuschauer flamen können das war alles sicher hat er gesagt ich bin nur gerade am überlegen wie viele kechs wir brauchen ich glaube da werden ein paar nötig sein ja gut dann weißt du was ich heute Abend schon mal alles vorkraften kann heute Abend ist ja eh kein Livestream von Trivodo ja 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 weißt du was aber schön ist bei uns wurde es endlich angekündigt wir bekommen endlich wir haben endlich die Möglichkeit auf die neue Internetleitung ah cool unser Vertrag läuft jetzt auch schon bald aus ja das ist mein Wecker ich muss jetzt langsam mal los gut dann wende ich jetzt auch schon hier die Folge dann wenn es euch gefallen hat kippt einen Daumen nach oben wenn nicht einfach nur Kritik in den Kommentaren schaut bei Street vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin tschüss ciao